Herzlich Willkommen zu einer weiteren Meditationsreise, Aufarbeitungsreise, passend zum Muttertag. Wir schauen uns heute einfach mal die Mutterthemen an, die du so hast. Ganz egal, ob deine Eltern noch leben, ob deine Mutter noch lebt, ob du ein gutes Verhältnis hast, ein schwieriges Verhältnis hast, ob deine Mutter schon verstorben ist, ob du selber Mutter bist und deine innere Mutter auch dabei pflegen und aktivieren möchtest. Wir werden uns jetzt mal so die Energie der Mutterschaft anschauen, eine Mutterschafts- und Muttertagsmeditation machen, und zwar in dieser bedingungslosen Liebe. Und vielleicht kennst du ja die Aussage, dass die Mutterliebe die Liebe ist, die der göttlichen Liebe am nächsten kommt, dieser bedingungslosen Liebe, die immer um dich ist und dich immer nähert und versorgt. Und jetzt lade ich dich gleich mal ein zu dieser Einstimmung. Leg mal bitte wirklich deine Hände so aufs Herz, auf die Brust, aufs Herz, in die Mitte deiner Brust und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und dann schließ mal deine Augen und entspann dich. Und ganz gleich, ob du jetzt Mutter bist oder ob du an deine Mutter denkst, ob du jetzt verstorben oder lebendig, wir beginnen mit einem großen Danke spülen. Und versuch mal, dass du dieses Danke in deinem Herzen formulierst. Also nicht vom Kopf her Danke, sondern dass es ruhig und tief ist. Dankeschön. Und geh mal in diese Dankbarkeitsenergie wirklich ganz tief rein. Dankeschön. Und spür mal, wie dieses Danke vielleicht dein Herz öffnet, wie es vielleicht ein bisschen wärmer oder weiter wird. Und vielleicht spürst du auch eine gewisse Schwermut oder ein bisschen eine Traurigkeit. Das ist alles kein Problem. Lass das jetzt einfach mal zu und fühl mal nach. Und es ist jetzt an der Zeit für ganz ehrliche Worte, für dich in der Stille. Was würdest du deiner Mama gerne sagen? Was würdest du deiner Mutter gerne sagen? Oder was würdest du deiner inneren Mutter gerne sagen? Deiner inneren Frau gerne sagen? Und überleg dir das einfach mal. Vielleicht möchtest du dich für etwas entschuldigen. Vielleicht möchtest du mir einfach sagen, wie gern du sie hast. Wechsle einfach ein paar Worte jetzt. Ganz ehrlich in der Stille. Und während du diese Worte wechselst, spürst du, wie es hinter dir in deinem Rücken heller wird. Eine Wärme baut sich auf. Eine liebevolle Wärme baut sich auf. Du nimmst Kontakt zur archetypisch guten Mutter auf. Zur reinen Mutterliebe. Und erlaube mal, dass du diese Wärme, diese Liebe auch in deinem Leben zulassen kannst. Also was brauchst du, dass du dich in dieses helle Licht, das du in deinem Rücken empfindest, wirklich fallen lassen kannst? Und wenn du das Gefühl hast, das fällt dir schwer, dann bitte einfach mal um die Flexibilität und das Urvertrauen, dass du dich auf diese bedingungslose Liebe hinlassen kannst. Und spür mal, wie dieses Licht jetzt zu dir kommt, näher zu dir kommt. Wie du dich auch reinfallen lässt in dieses Licht. Und wie dein Herz noch mehr geöffnet wird. Und du spürst ein Licht und eine Wärme und einen Frieden, der sich in deinem Brustbereich ausbreitet. Und dieses Licht, diese Wärme, dieser Frieden, fließt jetzt auch weiter in dich hinein, in dein inneres Kind, in dein Unterbewusstsein. Und du spürst jetzt auf der Ebene deines Nabelschakras, auf der Ebene deines inneren Kindes, dass du unendlich geliebt bist. Und du sprichst nun einfach mal, Liebe Mama, vielleicht habe ich nicht erkannt, dass du ein Symbol des Göttlichen bist. Ein Symbol der göttlichen Liebe. Vielleicht hatten wir oder haben wir sogar unsere Schwierigkeiten. Aber ich kann diese Liebe jetzt spüren. Und auch wenn ich sie vielleicht von dir vermisst habe, so bin ich davon überzeugt, dass du hier und heute dieselbe Liebe spürst, die ich jetzt wahrnehmen kann. Du spürst dieselbe Liebe, die ich jetzt spüre. Und hier und heute erkenne ich, dass diese Liebe nicht von dir kommt oder von dir gegeben werden sollte, sondern dass die immer da ist. Und in dieser offenen Herzlichkeit, in dieser Herzensverbindung, wo du dich als geliebtes Kind wahrnimmst und wo ich mich als geliebtes Kind wahrnehme, dürfen sich jetzt unsere Konflikte lösen. Alles, was zwischen uns steht, darf sich lösen. Die Erwartungen, auch das Gefühl, wo ich dich vielleicht mal enttäuscht habe, wo ich nicht die gute Tochter, der gute Sohn gewesen bin, wo du vielleicht das Gefühl hattest, von mir zu wenig geliebt zu werden. All dieser Mangel darf jetzt heil werden, darf sich jetzt lösen und zur Heilung gelangen. Und ich habe dich lieb. Und ich spüre, auch du hast mich lieb. Und es ist nun an der Zeit, Frieden zwischen uns einkehren zu lassen. Ob es nun schmerzhafte Erinnerungen sind, ob es Konflikte sind, die zwischen uns stehen. Es ist jetzt Zeit, dass es gut ist. Und du spürst jetzt auch vor deinem inneren Auge, dass auch deine Mutter weich ist, sich freut, berührt ist, zufrieden und glücklich und dankbar ist. Und dieser ganze systemische Druck, die Erwartungen, die zwischen dir und deiner Mutter im Raum gestanden sind, die lösen sich auf. Und ihr erkennt euch in eurem Seelenlicht wieder. Atme nun mal tief ein und wieder aus. Und spüre, dass Liebe fließt. Dass Liebe durch dich fließt. Dass Liebe rund um dich ist. Dass du ganz klar eingebettet bist und geborgen bist und Frieden findest. Und genauso findet deine Mutter Frieden. Genauso findet deine innere Mutter Frieden, wenn du selber schon Kinder hast. Auch da lösen sich diese Erwartungen und du nimmst deine Kinder bedingungslos geliebt wahr und optimal versorgt wahr. Und auch du als Mutter kannst dich zurücknehmen. Und erlaube nun jetzt noch mal allen Stress, der gegenwärtig das Thema Mutterschaft oder Mutter, Mutterthemen belagert und anspannend, dass dieser Stress sich lösen kann. Und atme mal tief ein und wieder aus und du spürst wirklich eine unendliche Liebe. Und in dieser Liebe nimmst du wahr, es ist gut. Es ist gut für deine Mutter. Es ist gut, auch weiter zurück zu für deine Großmutter, für deine Kinder nach vorne ist es gut. Alles ist von dieser Liebe, dieser unendlichen Liebe durchdrungen. und du atmest tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus und du spürst einen tiefen Frieden, eine tiefe Klarheit in dir. und du spürst, dass alte Belastungen weggespült werden. Und dieser Frieden und diese Liebe darf sich jetzt manifestieren. Und an diesem Zeitpunkt, an diesem Tag, an diesem Muttertag und auch an allen Muttertagen, die diesem Tag folgen werden, manifestierst du diese Liebe von Neuem. Du siehst noch einmal mit einem Blick über deine Schulter deine Mutter glücklich, geliebt und zufrieden. Und auch sie erkennt ihre Mutter geliebt und glücklich und zufrieden. Und mit dem Blick nach vorne siehst du deine Kinder glücklich, geliebt und zufrieden. Und jegliche Erschöpftheit und Müdigkeit und jegliche Verzweiflung, die aus diesem Kampf um die Liebe, ob du genug Liebe gibst, ob es genügend ist, ob du genug Liebe empfängst, also der Kampf um die Liebe, diese Erschöpfung wird nun gelöst. und fällt von dir ab. Und du atmest noch einmal tief ein und wieder aus, bedankst dich bei deinen Kindern, bei deiner Mutter, bei dir selbst und spürst, dass du in einem tiefen Frieden, in einer tiefen Liebe bist. und bedankst dich mal dafür und tauch noch mal ganz bewusst in diese Frequenz ein, in diese Frequenz der bedingungslosen Liebe. und spür mal, wie befreit das ist, dass bedingungslose Liebe befreit und nicht bindet und dass es gut ist und dass diese bedingungslose Liebe jeder Mensch hier auf Erden hat. und in diesem Bewusstsein atmest du noch mal tief ein und wieder aus, streckst dich durch, bewegst deine Arme und Beine, rumsst dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück, fühlst noch mal nach und wenn du das Gefühl hast, wirklich wieder ganz da zu sein, dann atme noch einmal tief ein und aus und dann öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt zurück. Und lass dir Zeit, fühl noch mal nach, bleib einmal in dieser bedingungslosen Liebe, in dieser Energie und auch in deinem Alltagsbewusstsein, sag noch mal Danke, sag der geistigen Welt Danke und deinen Ahnen und Ahnen sag Danke und bedanke dich auch bei dir, dass du diese Reise gemacht hast. Und wie gesagt, wiederholt diese Reise gerne immer wieder zum Muttertag oder wann immer es auch dir passt, diese Reise in die bedingungslose Liebe, diese Reise wirklich zu deinem Wesen. denn in deinem Wesen bist du Liebe. im Kern jedes Menschen steckt Liebe, unendliche, bedingungslose Liebe und davon bin ich überzeugt. Und wenn du jetzt den Muttertag dann begehst und feierst und dich triffst oder was auch immer du dann vorhast an diesem Tag, ob du mit deinen Kindern verbringst oder alleine oder mit deiner Familie, dann bleib einfach in dieser Energie drinnen. Schau einfach mal, dass du wirklich das spürst und dass du das Gefühl hast, es passt für jeden. Jeder ist glücklich. Auch wenn du das Gefühl hast, es geht jemandem nicht gut oder es ist wie einmal schlecht gelaunt, dann geht es dieser Person trotzdem gut. Das ist nicht deine Verantwortung. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall über deine Kommentare. Ich bin gespannt, wie es dir gegangen ist mit dieser Meditation. Ich wünsche dir natürlich auch einen schönen Muttertag, ob du jetzt gefeiert wirst, ob du feierst oder ob du das gar nicht machst, keine Ahnung. Und ja, lass mir gerne einen Daumen hoch, da abonniere meinen Kanal und vielleicht teilst du das Video. Vielleicht fällt dir ja jemand ein, der diese Meditation, diese Reise gut gebrauchen könnte. Ich wünsche dir aus dem wunderschönen Linz alles Gute, eine gute Zeit. Bis nächstes Mal. Dein Oliver Arani. Tschüss. Alles Gute. Wunderschönen, Hans Stolst. Untertitelung des ZDF, 2020